Liebe Zuschauer, Sie sind bei uns geblieben, das freut mich sehr, denn jetzt geht's weiter mit einem spannenden, spannenden Thema, Sport, Freizeit und Reise. Wir möchten ja immer, dass Ihnen so ein bisschen der Alltag erleichtert wird und Sie Artikel zu Hause haben, die Ihnen Wohlbefinden geben, die aber auch eben im Alltag super, super wichtig sind. Und unser erstes Produkt, liebe Zuschauer, das ist wirklich eine Sensation, denn es geht um die Anti-Falten-Behandlung. Klar, Falten haben wir alle, liebe Zuschauer. Im Alltag kommen die dann immer, immer mehr und dann denkt man, hm, was mache ich denn jetzt? Teure Anti-Falten-Cremes kaufen oder vielleicht sogar sich liften lassen? Nein, liebe Zuschauer, das geht viel, viel einfacher und viel, viel besser, denn wir haben bei uns im Programm ein fototherapeutischer Anti-Aging-Booster. Das hört sich total kompliziert an, ist es aber überhaupt nicht. Wir haben hier eine dreifache Hautstimulation. Dieses tolle Gerät stimuliert die Zellen, liebe Zuschauer. Wir haben hier eben drei verschiedene Arten von der Hautstimulation. Wir haben hier einmal das fototherapeutische Licht. Das ist so ein gelbes Licht, das zeige ich Ihnen gleich und das regt die Kollagenbildung an und unterstützt die Zellerneuerung. Und das heißt, die Falten an Stirn, Augen, Nase, Mund werden reduziert. Also für Ihr Gesicht. Dann haben wir eine Mikrovibration. Das heißt, dieses Gerät, wenn Sie es an den Falten ansetzen, dann vibriert das leicht. Und durch diese Vibration stimuliert das die Blut- und die Lymphzirkulation. Und das dritte ist die Ionentherapie. Und das verbessert die Durchlässigkeit der Haut. Und jetzt, liebe Zuschauer, möchte ich Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Sie haben bestimmt eine Gesichtscreme zu Hause, die Sie gerne benutzen. Vielleicht ist es auch eine Antifaltencreme. Bei Gesichtscremes ist es auch super, super wichtig, dass Sie die benutzen, wenn Sie trockene Haut haben, wenn Sie ölige Haut haben. Also immer schön eingremen, vielleicht vor dem Schlafen gehen, vielleicht auch morgens, bevor Sie das Make-up auflegen. Ich habe die liebe Diana mitgebracht und an der möchte ich das jetzt mal kurz zeigen. Sie hat noch nicht so viele Falten. Ne, das ist 22 Jahre. Trotzdem zeige ich jetzt gerne an Diana, wie dieses tolle Gerät funktioniert. Ich habe mal meine Feuchtigkeitscreme mitgebracht, liebe Zuschauer. Hier ist sie. Und jetzt geht das folgendermaßen. Sie haben hier dieses kleine, super handliche Gerät, das Sie eben im Gesicht für die Faltenreduzierung ansetzen können. Jetzt nehmen Sie einfach Ihre ganz normale Tagescreme oder Nachtcreme, je nachdem, wann Sie es anwenden möchten. Denn 60 Sekunden am Tag reichen und Sie werden ganz schnell Erfolge feststellen. Denn durch diese dreifache Hautstimulation werden die Falten reduziert. Und das ist so fantastisch. Ein bisschen Creme einfach. Nehmen Sie genau dahin, wo Sie es jetzt reduzieren möchten. Wie gesagt, an Diana das jetzt zu zeigen, ist vielleicht ein bisschen lustig, denn die hat überhaupt keine Falten. Aber ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das angewendet wird. Einfach da, wo Sie sagen, oh, da sind die Fältchen schon ein bisschen am Kommen. Da legen Sie ganz normal Ihre Hautcreme auf. Vielleicht auch hier an den Falten. Und dann geht es los mit dieser tollen Behandlung. Denn wir haben jetzt dieses tolle Gerät. Und jetzt wird Ihnen auch gleich das Licht auffallen. Vielleicht zeige ich es erst mal an meiner Hand. Vielleicht sehen Sie dann das Licht. Ein bisschen schwierig zu sehen. Jetzt sehen Sie das Licht. Das ist das gelbe Licht, das die Haut stimuliert. Dann hören Sie vielleicht auch die Vibration. Und durch die Vibration werden dann eben die Zellen, die Zellbildung wird dann aktiviert. Und dann gehen die Falten eben ganz, ganz locker weg. Und das eben immer 60 Sekunden am Tag. Und Diana, du darfst das gerne auch ein bisschen selber anwenden. Das kann man nämlich super, super gut alleine machen, liebe Zuschauer. Einfach die normale Gesichtscreme auftragen. An den Stellen, wo Sie sagen, da könnten es ein paar Fältchen weniger sein. Und das Tolle ist, es hat absolut nichts zu tun, liebe Zuschauer, mit Chemie. Denn da machen wir uns einfach wieder dieses Prinzip, eben durch das gelbe Licht, durch das phototherapeutische Licht zugange. Wir machen uns die Mikrovibration, das schöne Vibrieren. Und diese Ionentherapie. Und durch diese dreifache Hautstimulation in Kombination mit Ihrer Haut ist das fantastisch und reduziert Ihre Falten. Die Pflegelotion, die Sie benutzen, zieht natürlich dann auch besser ein und entfaltet die Wirkung. Denn die Ionentherapie verbessert die Durchlässigkeit der Haut. Die Mikrovibration stimuliert die Blut- und die Lymphzirkulation. Und das phototherapeutische Licht regt eben die Kollagenbildung an und unterstützt die Zellerneuerung. Und dadurch werden Ihre Falten reduziert an Stirn, Augen, Nase und Mund. Eine ganz tolle Anwendung. Und liebe Zuschauer, Sie müssen nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben für irgendwelche speziellen Cremes. Ihre ganz normale Tageslotion, Ihre ganz normale Nachtlotion können Sie hier unten anwenden, so wie Sie es immer anwenden. Sie schminken sich ab abends. Bei den Herren natürlich nicht. Die Herren können einfach loslegen mit der Creme. Und dann immer da, wo Sie merken, da könnten es ein, zwei Fältchen weniger sein. Da setzen Sie dann diesen tollen Anti-Aging-Booster an. Das ist eine ganz angenehme Vibration, liebe Zuschauer. Es ist eine ganz angenehme Sache durch dieses gelbe Licht, die Vibration. Es ist wirklich wunderbar. Und Sie können es 60 Sekunden am Tag in Ihre normale Pflegeroutine einfach einbinden. Überlegen Sie, ob ich das abends machen möchte, vorm Schlafen gehen oder morgens nach dem Aufstehen, wo man dann doch ein paar Fältchen mehr hat. Einfach 60 Sekunden am Tag mit in Ihre Tagespflege einbinden und dann hier ganz entspannt zuschauen, wie sich die Fältchen reduzieren. Sie wissen, hier bei Pearl TV haben wir immer Wahnsinnspreise durch unseren TV-Sonderpreis. Und normalerweise kostet dieses fototherapeutische Anti-Aging-Booster-Gerät 69,90. Bei uns zum TV-Sonderpreis erhältlich für 28,41. Und da habe ich auch gleich gesagt, da muss ich zuschlagen, denn natürlich, jeder möchte, dass die Falten reduziert werden. Wir altern nicht gerne. Ich finde es gut, wenn man zum Alter steht und ich finde es auch gut, wenn man sich pflegt. Ich bin ein absoluter Gegner gegen Botox und gegen Operationen. Es gibt eben andere Möglichkeiten. Es gibt Cremes und es gibt so tolle Möglichkeiten, wie Sie auf natürliche Weise Ihre Falten reduzieren können. Vielleicht sagen Sie auch, oh, das ist genau das, auf was ich gewartet habe. Nicht nur ein Frauenprodukt, liebe Herren. Auch die Herren freuen sich bestimmt über Faltenreduzierung. Deshalb einfach die Creme drunter, die normale Tagescreme, die Nachtlotion und dann angesetzt. Und dann haben Sie wirklich nach kurzer Zeit sichtbare Ergebnisse. Ich war so begeistert, ich nehme mir gerne die Produkte mit nach Hause, um die so ein bisschen auszuprobieren und dann zu schauen, oh, ist das auch für mich. Und liebe Zuschauer, hier mit diesem Anti-Aging-Booster, da haben wir wieder total ins Schwarze getroffen. Das ist ein Gerät, das wirklich jeder zu Hause haben sollte. Jeder Mann und jede Frau. Und da es so einfach geht, da die Anwendung so kinderleicht ist, können Sie es einfach dazu machen. Wenn Sie sich abschminken, liebe Damen, wenn Sie danach die Creme auflegen, dann 60 Sekunden an die Stelle Stirn, Nase, Augenpartie. Da, wo sich eben die Fältchen bilden, da ansetzen und dann genießen. Es ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, dieses gelbe Licht, eine leichte Vibration, wunder, wunderbar. Und es regt die Kollagenbildung an und dadurch werden die Falten reduziert. 28 Euro und 41 Cent, liebe Zuschauer, jetzt zu bestellen mit der NC2402 und der 569, ein Anti-Aging-Booster. Vielleicht möchten Sie es auch verschenken, vielleicht sagen Sie, oh, meine Freundin, die findet das bestimmt ganz, ganz toll. Dann rufen Sie an und bestellen Sie unter der 0180 51 51 und dreimal der 2 und bestellen Sie mit unserer Bestellnummer der NC2402 und der 569 dieses tolle fototherapeutische Anti-Aging-Booster-Gerät für Ihre tägliche Pflege, für Ihre tägliche Anwendung. Und Sie werden sehen, die Falten werden reduziert und es wird Ihnen sofort besser gehen. Denn, liebe Zuschauer, wir wissen das, wenn wir uns schön fühlen, dann geht es uns besser. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir kommen zum nächsten Thema, was auch sehr wichtig ist, leider ein bisschen lästig. Der Frühling hat angefangen, der Sommer ist schon fast da. Die Allergiegeplagten, die Heuschnupfengeplagten, die sind jetzt wahrscheinlich so ein bisschen zweigeteilt. Freuen wir uns über den Sommer oder nicht? Liebe Zuschauer, falls Sie Allergiker sind, dann kann ich Ihnen jetzt sagen, bitte freuen Sie sich. Denn es gibt Abhilfe, es gibt tolle Möglichkeiten, dass die Allergien reduziert werden. Vielleicht waren Sie schon beim Arzt, vielleicht waren Sie schon in der Apotheke und haben Medikamente geholt. Ich möchte Ihnen jetzt eine ganz tolle Variante vorstellen, denn wir haben ein Produkt, das Heuschnupfengeplagte oder auch Stauballergiker wirklich das Leben erleichtern wird. Ich habe etwas mitgebracht, liebe Zuschauer. Und zwar haben wir hier unser fototherapeutisches Anti-Allergie-Gerät. Vielleicht kennen Sie das schon, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, das ist ein absoluter Bestseller bei Pearl TV. Und das wundert mich nicht, denn wenn Sie Heuschnupfengeplagter sind, was hat man denn dann für Möglichkeiten? Man möchte doch den Sommer genießen, man möchte doch raus, man möchte doch sich freuen, dass endlich das schöne Wetter da ist. Und dann geht es los, die Nase läuft, die Augen sind trocken, es juckt. Und deshalb, liebe Zuschauer, möchte ich Ihnen nun dieses tolle Anti-Allergie-Gerät vorstellen. Denn hier arbeiten wir mit den Wellenlängen des Lichts. Wir haben hier eine Kombination aus zwei Wellenlängen, aus zwei Lichtwellen. Einmal aus dem sichtbaren roten Licht und ich zeige Ihnen das jetzt auch gerne mal. Hier sehen Sie es nämlich schon. Sehen Sie das rote Licht? Zwei Wellenlängen des Lichts. Das rote Licht, das Sie jetzt sehen, das ist 652 Nanometer Wellenlänge und dann haben wir noch das Infrarotlicht. Und das kennen Sie bestimmt. Infrarotlicht benutzt man eben sehr, sehr gerne im medizinischen Bereich, da das beruhigend wirkt. Und beim Heuschnupfen passiert Folgendes, liebe Zuschauer, Ihre Schleimhäute werden gereizt und dadurch läuft die Nase, dadurch muss man dauernd niesen. Wie schaffen wir jetzt Abhilfe? Eben genau mit diesem tollen Anti-Allergie-Gerät mit der Wellenlänge des Lichts, denn dadurch werden Ihre Schleimhäute beruhigt. Jetzt haben wir hier ein Gerät, das Sie super mitnehmen können. Sie haben es gesehen, ich habe diese zwei Stäbchen hier hinten rausgezogen. Das heißt, es ist super kompakt, um einfach mitzunehmen. Sie wickeln das Kabel einmal drum und Sie haben es in Ihrer Handtasche dabei. Das Tolle ist, die Wirkung ist hier so enorm, dass Sie es nur dreimal täglich drei Minuten anwenden sollten und dann kommt die Linderung. Dieses Licht beruhigt Ihre Schleimhäute und dadurch wird es Ihnen besser gehen. Hier sehen Sie, diese zwei Stäbe sind flexibel. Das heißt, Sie stecken diese Stäbe einfach in Ihre Nase und benutzen das eben, um die Schleimhäute innen drin, liebe Zuschauer, zu beruhigen. Drei Minuten dreimal täglich am Tag reicht völlig aus. Und was haben wir für Möglichkeiten, wenn wir Allergiker sind? Medikamente, Nasenspray. Das sollte man nicht nonstop benutzen, aber was hat man denn für eine andere Möglichkeit? Wenn man tagsüber die ganze Zeit diesen Juckreiz hat, man muss niesen, die Schleimhäute sind gereizt. Jetzt benutzen wir Nasenspray. Das sind wieder Medikamente, liebe Zuschauer. Das sind wieder Dinge, die eigentlich in Ihrem Körper nichts verloren haben. Hier benutzen wir Licht. Rotlicht und Infrarotlicht, die die Schleimhäute beruhigen. Das ist so eine geniale, aber auch leichte Anwendung, dass ich mir sicher bin, wenn Sie jetzt Heuschnupfen geplagt sind oder auch Hausstauballergiker sind, dass Sie natürlich sofort aufatmen werden, wenn Sie dieses Gerät haben. Denn nochmal, dreimal täglich, drei Minuten sollten Sie das anwenden und somit haben Sie die Linderung, die Sie dann brauchen. Wenn Sie unterwegs sind, wenn wieder so ein Anfall, so ein Heuschnupfenanfall kommt, dann benutzen Sie dieses Gerät einfach drei Minuten. Das sieht lustig aus, aber ich weiß, dass Allergiker alles tun würden, um Linderung zu bekommen. Und bei diesem Anti-Allergie-Gerät haben Sie für 28,41 Euro Linderung. Linderung, wenn es wieder losgeht mit dem Niesen, mit dem trockenen Augen, mit den gereizten Schleimhäuten. Es ist so eine tolle Möglichkeit und ich habe es schon, oh, haben Sie gehört? Wissen Sie, was das ist? Drei Minuten sind um. Es meldet sich und sagt so, die drei Minuten Behandlung sind rum, die Schleimhäute sind beruhigt. Jetzt können Sie damit aufhören. Eine wahnsinnig tolle Möglichkeit und hier sehen Sie auch mal ganz toll, wie es ankommt. In einem ganz tollen, kompakten Paket kommt es zu Ihnen an. Einsatzbereit, nur auspacken und anwenden und Sie werden sich so freuen, denn Allergiker, die sind richtig geplagt. Ich bin es Gott sei Dank nicht, aber ich habe einige Freunde in meinem Freundeskreis, die da richtig leiden und dann eben so geteilt froh sind über den Sommer. Und das finde ich so, so schade, denn im Sommer möchte man raus, man möchte das Wetter genießen. Auch die Allergiker sollten wieder genießen können und das können Sie mit diesem Gerät für nur 28,41 Euro. Und hier sehen wir noch einen Kundenbeitrag von der lieben Margarete. Wenn ich merke, dass meine Nase zugeht, nehme ich sofort mein Gerät und es wird besser. Wenn meine Nase läuft, genauso. Ich bin froh, dass ich es gekauft habe, ich spare viele Taschentücher, meine Allergie ist merklich besser geworden. Jetzt zu bestellen mit der NC 5226 und der 569, liebe Zuschauer, und dann bekommen Sie wie Margarete ganz bald schon Linderung. Weil dieses Thema so wichtig ist, liebe Zuschauer, möchte ich noch kurz bei diesem Thema bleiben, denn ich habe ein zweites Gerät, das mit dem gleichen Prinzip arbeitet, aber das noch ein bisschen kompakter ist. Und schauen Sie mal hier, hier sehen Sie schon, hier sind Batterien dabei, das heißt so kleine Zellbatterien. Das heißt, Sie haben hier kein Kabel und es ist noch kompakter als das Gerät zuvor. Das heißt, perfekt für Reisen und wenn Sie eben gerade Thema Reisen, wir sind ja beim Thema, liebe Zuschauer, Reisen und Freizeit. Wenn Sie Allergien haben und wenn Sie jetzt in Urlaub gehen oder auch zu Hause einfach mal im schönen Garten entspannen möchten und dann geht es wieder los, dann sollten Sie dieses medizinische Mini-Heuschnupfen-Therapiegerät immer zur Hand haben. Und der Name sagt es schon, liebe Zuschauer, medizinisches Therapiegerät. Wir haben hier ein medizinisches Gerät und wir haben viele, viele Kundenbeiträge bekommen, die gesagt haben, endlich habe ich das gefunden, was mir Linderung beschafft. Und das ist doch so, so wichtig. Es soll Ihnen gut gehen, liebe Zuschauer, und Sie sollten nicht so viele Medikamente zu sich nehmen. Wenn Sie schon Medikamente nehmen, liebe Zuschauer, Heuschnupfen-Medikamente oder andere Allergie-Medikamente, ist das kein Problem, denn Sie können auch neben einer medikamentösen Behandlung dieses Gerät einsetzen. Denn dieses Gerät ist absolut perfekt. Es arbeitet nur mit diesem tollen Licht, Rotlicht und dem Infrarotlicht. Und deshalb werden Sie merken, wie toll das wirkt. Ich weiß noch, als kleines Kind, wenn ich Ohrenschmerzen hatte, hat meine Mama mir immer Infrarotlicht aufs Ohr gestrahlt. Und dann ging es mir sofort besser durch die Wärme, durch eben dieses tolle Infrarotlicht. Und auch hier in diesem kleinen, kompakten Heuschnupfen- bzw. Allergiegerät, das geht auch bei Hausstauballergien, bei Tierallergien, Haustierallergien, auch perfekt einsetzbar. Es geht einfach darum, liebe Zuschauer, wenn Ihre Schleimhäute gereizt sind, dass diese Reizung eben gelindert wird. Und durch Infrarotlicht und Rotlicht wird diese Reizung sofort gelindert. Und apropos sofort, liebe Zuschauer, Sie kennen das bestimmt auch mit Medikamenten. Medikamente brauchen immer eine ganz, ganz Weile, bis sie anschlagen. Bei diesem Mini-Heuschnupfen-Therapiegerät reichen zweimal drei Minuten, das ist jetzt bei diesem Gerät empfohlen. Und das reicht, dass die Schleimhäute eben diese Reizung wieder unter Kontrolle bekommen. Über dieses Licht wird die Reizung aufhören und Sie werden sich ganz, ganz schnell besser fühlen. Sie kennen das. Wenn Sie Allergiker sind, dann wissen Sie, wie anstrengend das ist. Man fühlt, dass die Schleimhäute gereizt sind. Man muss niesen, die Augen tränen, die Nase läuft. Und ich habe schon viele Allergiker getroffen, die gesagt haben, ich gehe eigentlich gar nicht mehr raus. Ich habe keine Lust mehr rauszugehen. Frühling, Sommer, da geht es los mit dem Niesen, mit dem Schnupfen. Ich habe keine Lust. Liebe Zuschauer, das soll so nicht sein. Sie sollen sich wohlfühlen. Sie sollen am Sommer teilhaben. Sie wollen raus. Sie möchten, schauen Sie mal diesen wunderschönen Baum an, dieses wunderschöne Sonnenlicht. Das möchten wir doch genießen. Und wenn Sie Allergiker sind, dann sollte Sie das nicht hindern. Denn mit diesem tollen medizinischen Mini-Heuschnupfen-Therapiegerät bekommen Sie Abhilfe. 37,91 Euro, liebe Zuschauer, anstatt knapp 70 Euro. Schlagen Sie jetzt zu, rufen Sie an und bestellen Sie mit der NC 2400 und der 569 dieses tolle Therapiegerät. Wirklich super klein. Das heißt, Sie können es immer dabei haben, auch in den Urlaub mitnehmen. Oder hier, wenn Sie mal beim Rasenmähen sind. Auch das ist für Allergiker natürlich ein ganz schwieriges Thema. Aber wenn Sie das dabei haben und dann die Schleimhäute so beruhigen können, dann ist es vielleicht gar nicht mehr ganz so schlimm, liebe Zuschauer. Deshalb an alle Allergiker. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer. Und dass Sie das auch genießen können, bestellen Sie gerne unser Therapiegerät. Jetzt haben Allergiker aber noch ein anderes Problem. Wenn Sie in Ihren eigenen vier Wänden sind. Was ist denn dann? Denn wenn man mal lüften möchte oder mal ein Fenster auflassen möchte, dann kommen Sie natürlich alle rein. Die Pollen, die Viren und die Bakterien. Und deshalb, liebe Zuschauer, sollten Sie unbedingt darüber nachdenken, einen Luftreiniger zu haben. Denn Luftreinigung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Nicht nur in der Frühlings- und Sommerzeit. Nicht nur in der Allergiezeit. Sondern generell. Aber weil wir gerade beim Heuschnupfen sind. Dieser hocheffektive Luftreiniger filtert die Unreinheiten in der Luft. Und im Sommer haben wir nun mal die Pollen, die Viren und die Bakterien, die so rumfliegen. Mit diesem Luftreiniger werden diese ganzen Bakterien, Viren, Pollen, Staubkörner angesogen. Die werden angesogen von einem Filter, liebe Zuschauer, der hier drin verbaut ist. Das kennen Sie vielleicht noch früher von den alten Fernsehern. Von den Fernsehern, die praktisch den Staub angezogen haben. Da hat man sich drüber geärgert. Hier möchte man genau das. Denn der Staub, die Viren, die Pollen und die Bakterien werden von diesem Filter angezogen, bleiben da dran haften. Und es wird gereinigt. Und was rauskommt, ist nur gereinigte, frische Luft. Wenn der verunreinigt ist, das meißen Sie je nach Verschmutzung so einmal pro Woche, dann nehmen Sie den einfach raus. Heben Sie ihn unter fließendes Wasser, trocknen es wieder ab und dann stecken Sie es wieder rein. Und dann ist er wieder sofort einsatzbereit. Das heißt, hier auch keine Filter oder etwas zusätzlich notwendig. Einfach nur fließendes Wasser, abtrocknen und dann wieder rein. Und schon ist er wieder einsatzbereit. Liebe Zuschauer, Luftreinigung ist ein so, so wichtiges Thema. Nicht nur für Allergiker. Denn wir haben natürlich alle in unseren vier Wänden Staub, Gerüche, Viren, Pollen und Bakterien. Und auch die, die keine Allergiker sind, möchten natürlich gereinigte Luft. Denn wenn man zu Hause ist, möchte man sich entspannen. Wenn da stickige Luft herrscht, dann bekommt man Kopfweh und das Entspannen bleibt wieder ganz, ganz weit weg. Hier sehen Sie es. Verunreinigte Luft, wie zum Beispiel Staub, Milben, Viren und Bakterien und Pollen oder eben auch Gerüche wie Zigarettenrauch, wird hier eingesogen, wird dann gefiltert mit diesem tollen Filtersystem und dann kommt die gereinigte Luft raus. Die Luft wird auch noch mit Ionen angereichert, liebe Zuschauer. Und so bekommen Sie die frische, gereinigte Luft in Ihre vier Wände, die Sie natürlich haben möchten. Denn auch in den vier Wänden ist es super, super wichtig. Kochen Sie zu Hause? Bestimmt. Da kommen dann die leckeren Gerüche. Wenn man anfängt zu kochen, Zwiebeln anbrät, Knoblauch anbrät, dann ist das richtig lecker. Aber spätestens, wenn man dann fertig mit dem Essen ist, dann möchte man das nicht mehr riechen. Dann lüftet man, das dauert eine Weile. Mit unserem hocheffektiven Luftreiniger, liebe Zuschauer, nach dem Kochen einfach anstellen und dann wird auch die Gerüche, die Gerüchsmeniküle werden angezogen, werden geteilt und der Geruch verschwindet. Viele machen das auch mit Chemie. Die übertünchen den Geruch mit irgendwelchen Duftsprays. Das ist nicht so gesund, liebe Zuschauer. Da sollte man wirklich drauf verzichten. Hier arbeiten wir absolut ohne Chemie. Wir haben hier dieses tolle Filtersystem, das eben alles anzieht und es bleibt haften und so wird Ihre Luft gereinigt. Und der Luftreiniger, liebe Zuschauer, kostet nur 18,91 Euro. Es ist ein super starker Luftreiniger, der auf bis zu 100 Quadratmeter die Luft reinigt. Und da merkt man mal, wie stark der ist und wie effektiv. Ich glaube, es gibt keinen in unserer Firma und mittlerweile auch keinen in meinem Familien- und Bekanntenkreis, der diesen Luftreiniger nicht hat. Ein kleiner Tipp, was wir gerne mal weglassen. Toilette, liebe Zuschauer. Auch auf der Toilette, fantastisch. Auch da zerlegt er die Gerüche, teilt die Moleküle, zerteilt die Moleküle und dann hat man wieder diese frische Luft, die man einfach gern einatmet. Auch am Schreibtisch, wenn man sich konzentrieren muss. Da sollte man gereinigte Luft haben und das bietet unser hocheffektiver Luftreiniger. Deshalb bestellen Sie jetzt mit der NC5328 und der 569 für nur 18,91 Euro. Ist das ein absolutes Muss-ich-haben-Produkt, liebe Zuschauer. Bleiben Sie jetzt bitte dran, es geht gleich weiter in nur einer Minute. Nicht umschalten, gleich geht's weiter mit tollen Produkten.